Stand das vorhin auch schon da? Bin ich einfach nur so aus Demel, so aus Doofheit gestorben? Okay, Nachtsicht schnell angemacht. Ach, okay, dann nehmen wir die Waffe, dann nehmen wir die Waffe. Ich weiß gerade nicht, ob er das noch nicht zeigt. 74, 200, ja okay, dann nehmen wir die. Oh ne, ist zu dunkel. Die geht nicht auf. Hier ist ein Medikit, aber das brauche ich momentan nicht. Wo ist der Rest Ihrer Einheit? Wir wurden getrennt, aber es ist klar nicht gut über Funk. Okay Corporal, nicht bewegen. Wir holen einen Militärarzt. Mist. Plasmaschäden. Hier ist etwas. Das nenne ich Sex, nicht Ihr Bereich. Der hier lebt noch. Nicht so unfreundlich. Raus mit dir. Ist schon gut, wir tun dir nichts. Wir sind die Guten. In die Augen. Wie genial. Ah, okay, er ist 5, alles klar. Äh, dieses Spiel ist so episch. E-e-episch! Wie soll ich jetzt? Egal, ich hab's ja wieder. Dieses Spiel ist so affengeil. Allein diese, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hinterhalter vergemeint. Allein diese eine Cutscene, ehm, und ich bin gleich so, wieder so von tot. Das war doch einfach mal episch, oder? Man hat sich... Das war so richtig kino-reif. Ich möchte einen Film von Halo haben. War der gut, der Wuff? Ich fürchte nein. Jetzt habe ich keine mehr. Gott sei Dank begleitet mich hier unser harter Bunny. Wandelnder Panzer. Oh, cool. Eine elegante Waffe. Okay. 10 Gamescore. Finde ich cool. Übrigens, wenn ihr wollt, dass ich euch die Gamescore zeige, die ich zufällig finde, dann kann ich das Spiel auch schnell pausieren und das euch ganz gut zeigen. Müsst ihr entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Können die paar ja dies gerade sehen in den Kommentaren? Oh nein, 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 nein. Nein. Puh. Wer die Leute mit diesen Schwertern nicht kennt, äh, das Schwert gibt einen One-Hit-Kill. Das heißt, was ist das da unten? Ah, alles klar. Damit können wir unsere Spezialfähigkeiten wechseln. Was ziemlich cool ist, weil wir jetzt so eine geile Scheiße haben. Blasenschild. Hallo. So macht man das. Wo wird der Kerl mit seinem Schwert? Oh, es gibt doch keinen One-Hit. Das ist ja merkwürdig. Aber auf jeden Fall will ich die jetzt, will ich das Ding jetzt haben. Was denn du da? Was ist das? Ah, okay, das ist der Granat- ähm, Granatwerfer oder Schroplinte. Äh, was nehme ich, was nehme ich, was nehme ich, was ich weiß, egal, ich nehme die, ich nehme die. Boah, nee, zu dunkel. Na komm, lass uns weitergehen. Mal sehen. Wie lange? Die Frage meines Lebens. Die Station läuft frühestens in zwei Wochen wieder. Das sind Plasmaschäden. Alle wichtigen Ablehn-Komponenten sind durchgeschmort. Wir haben keine zwei Minuten. Deshalb zapfe ich die Überlandleitung an und verbinde direkt mit Colonel Holland. Sie stehen mir im Licht, Commander. Oh, die ist voll zickig. Wie heißt du? Wohnst du hier? Hat er nicht vorhin noch Ungarisch gesprochen? Ah, nicht, George. Ah, okay. Schara. Schara, Sepp, Potter, Osset, Neff. Dein Dialekt kommt mir bekannt vor. Zobron? Dungary. Einen Freund? Vater. Scheine Lom. Tut mir leid. Warum sollte es? Der Große vergisst manchmal, was er ist. Sie hat ihren Vater verloren. Sie muss in psychiatrische Behandlung. Da ist sie nicht die Einzige. Hört auf, alle beide. Lass sie frei. Der Vater bleibt hier. Danke, Sir. Da ist nenn ich Teamwork. Alle hassen sich. Es ist nicht konstant, aber vorhanden. Versorgt mir. Was heißt hassen? Necken. Roboterarsch. Kann das sein, dass sie nur eine Hand hat? Die blaue, die hellblaue? Keine Rebellen. Die Allianz ist auf Reach. Bestätigen Sie. Wie bitte, Nobel 1? Die Allianz? Positiv. Notfallplan Winter ist in Kraft. Möge Gott uns beistehen. Amen. Yay, noch ein Erfolg. Das geht ja Ratzfatz hier. Das geht ja Ratzfatz. Achtung, Kilo 3.3 und Kilo 3.4. Ihre Landezone ist zu heiß. Verstanden. Dort, bereithalten zum Empfang. Ja, Commander. Koordinaten erhalten. Sofort die Verkurskorrektur eingeleitet. Die Schwertbasis des Militärischen Nachrichtendienstes wird in einem Allianzschiff der Corvette-Klasse belagert. Orbital-Munition ist gegenwärtig aufgrund der Sensibilität dieser Einrichtung verboten. Leider konnte ich keine relevanten Daten zu feindlichen Truppen abrufen, doch die Verteidigung der Basis ist ungenügend. Der MND hat um den Eingriff des Noble Teams und dessen Hilfe bei der Sicherung der Schwertbasis gebeten. Okay, Leute. Das Schiff hat mir noch eine Beile am Hals. Kümmern wir uns um die Infanterie. Helft den Soldaten. Cat-6, vor Kurs. George, Emil. Macht euch bereit. Los geht's, Lieutenant. Cool. Okay. Cat-6, Angriff auf Schwertbasis zurückdrängen. Finde da aus, womit wir's zu tun haben. Da war noch nicht nur so viel. Ah, da hinten. Die Spartans, find dem Norden. Schlassen wir ein paar Köpfe ein. Oh. 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 Oh, okay. Boah, ich hasse die Dinger. Okay. Leute, ich muss jetzt eh Schluss machen. Ähm, wir sehen uns... ...morgen. Also... ...bis dann. See you later, Alligator. Was weiß ich. Holla hi, holla ho. Und ciao. ott? Hall. Đây ist geil. deja, WHICH эта Freist. Theatre. Und des Pi 10.